Hallo, in diesem Video Tutorial zeige ich Ihnen, wie Sie eine Wandöffnung mit Rundbogen erstellen können. Bitte beachten Sie, dass einige der gezeigten Funktionen nicht in der Produktversion Cadvilla Basic enthalten sind. Im ersten Schritt öffnen wir unseren Mustergrundriss und nun deaktivieren wir das Raster sowie die Linienbreiten, um uns besser fangen und orientieren zu können. Wir werden die Wandöffnung mit Rundbogen in dieser Wand zwischen Raum Nr. 1 und Raum Nr. 5 erstellen. Um die Wandöffnung zu erstellen, erzeugen wir eine Wandansicht. Dazu selektieren wir die Wand. Nun ist die rechte Wandseite selektiert, was an der roten Linie an der rechten Seite der Wand erkennbar ist. Der obere Teil der rechten Wandseite ist nicht selektiert, was an der schwarzen Außenlinie erkennbar ist. Falls eine bestimmte Wandseite ausgewählt werden soll, führen wir den Cursor nah an die gewünschte Wandseite heran und selektieren dann die Wand. Nun ist die linke Wandseite selektiert. In unserem Beispiel ist es nicht von Wichtigkeit, welche Wandseite wir für die Wandöffnung mit Rundbogen auswählen. Jedoch in anderen Beispielen kann es von größter Wichtigkeit sein, welche Wandseite selektiert wird. Wir selektieren jetzt nochmal beispielsweise die Rechte Wandseite. Die Rechte Wandseite ist nun selektiert. Danach drücken wir die Rechte Maustaste und wählen Wandansicht erzeugen. Die Wandansicht öffnet sich automatisch und wir drücken die ESC-Taste. Nun werden wir die drei Ansichten vertikal Seite an Seite positionieren. Dazu klicken wir auf Vertikal. Nun verschieben wir die Wandansicht etwas nach unten und im nächsten Schritt werden wir die Dimensionen der Wandöffnung sowie des Rundbogens mit der Unterstützung von Hilfslinien definieren. Im ersten Schritt geben wir eine mittige Hilfslinie ein. Dazu wählen wir 2D und Layout, 2D Hilfslinien, Hilfsgerade und mittige Hilfslinie. Wir geben die mittige Hilfslinie über zwei Punkte ein und wählen nun im ersten Schritt einen Anfangspunkt aus. Der Anfangspunkt befindet sich hier und hier befindet sich der Endpunkt. Danach drücken wir ESC. Jetzt geben wir einige parallele Hilfslinien mit Abstand ein. Dazu wählen wir wieder 2D Hilfslinien, Hilfsgerade und parallele Hilfslinie mit Abstand. Oder wir schließen diese Fenster und drücken die Kurztaste P für die Funktion parallele Hilfslinie mit Abstand. Wir geben nun die erste Hilfslinie von dieser Linie in diese Richtung in einem Abstand von 0,80 Metern ein. Danach bestätigen wir mit OK. Wir geben nun eine weitere Hilfslinie von dieser Linie in diese Richtung ebenso in einem Abstand von 0,80 Metern ein. Anstatt auf OK zu klicken können wir ebenso mit Enter bestätigen. Eine weitere Hilfslinie geben wir von dieser Linie in diese Richtung in einem Abstand von 1,80 Metern ein. Wir bestätigen wieder mit Enter. Und noch eine Hilfslinie geben wir von dieser Linie in diese Richtung in einem Abstand von 2,10 Metern ein. Wir bestätigen mit Enter. Danach drücken wir die ESC-Taste. Schlussendlich werden wir noch eine Hilfs-Ellipse eingeben, um den Rundbogen zu definieren. Dazu zoomen wir uns etwas in die Ansicht hinein und nun wählen wir 2D-Hilfslinien, Hilfs-Ellipse und Ellipse über Mittelpunkt und Eckpunkt. Wir geben nun den Mittelpunkt ein. Der Mittelpunkt ist dieser Punkt und der Ellipsenpunkt ist dieser Punkt. Danach drücken wir die ESC-Taste. Die Hilfslinien sind nun fertig erstellt und im nächsten Schritt werden wir eine Wandaussparung erstellen. Dazu wählen wir Gebäude, Aussparung, Wandaussparung und Eingabe über Polygon. Nun zoomen wir uns etwas in die Wandansicht hinein und bitte beachten Sie folgendes. Der Anfangs- sowie der Endpunkt der Wandaussparung müssen innerhalb der Wand liegen. Falls wir den ersten Punkt der Wandaussparung eingeben und der Cursor befindet sich außerhalb der Wand, werden wir eine Fehlermeldung erhalten. Wir schließen die Fehlermeldung und nun geben wir den ersten Punkt mit dem Cursor innerhalb der Wand ein. Der erste Punkt ist nun eingegeben und nun geben wir alle weiteren Punkte ein. Um das Video nicht zu lange zu gestalten, spulen wir an dieser Stelle etwas nach vorne. Am Ende geben wir noch den letzten Punkt ein. Der Cursor befindet sich wieder innerhalb der Wand. Danach drücken wir die rechte Maustaste und wählen Eingabe abschließen. Nun sind die Wandöffnung sowie der Rundbogen erstellt und wir drücken die ESC-Taste. Nun können wir die Wandansicht schließen und die 2D- sowie 3D-Ansicht vertikal nebeneinander platzieren. Nun selektieren wir das Schnitt-Symbol und wir drücken die Entfernen-Taste. Wir bestätigen mit Ja und nun ist das Schnittsymbol gelöscht. Falls wir die Wandöffnung wieder löschen möchten, selektieren wir diese und drücken ebenso Entfernen. In unserem Fall benötigen wir die Wandöffnung noch, deshalb drücken wir die Tastenkombination STRG und Z für die Funktion zurück. Am Ende können wir einen Blick auf die Wandöffnung mit Rundbogen in der 3D-Ansicht werfen. Vielen Dank fürs Zusehen. Für mehr Tutorials besuchen Sie unsere Website www.catvilla.com Am Ende des West dem Weg Versionen Musik 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 Musik